So schön spektakulär ging es schon lange nicht mehr zu, DFB-PK einmal anders. In Georgien gibt es erst Präsente für den Bundestrainer und dann noch eine Rede der besonderen Art. Das wäre für mich ein Albtraum vielleicht, aber das wird nicht passieren, mein Traum. Alle Zweifel beseitigt, naja obwohl, wie schön wäre es, wenn es immer so spektakulär zugehen würde.